Da war sie diesmal von dir fallen. Na okay, ob ich jemals noch zu dir komme, weiß ich jetzt nicht. Mann, ich war schon grad fast entkommen. Ich bin aber echt schnell die Polizisten. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt genau den Weg fahre, den du gefahren bist, oder den kürzesten. Wahrscheinlich eher den kürzesten.